Heutzutage ist es für Unternehmen nicht nur entscheidend. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein komplettes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder dein Unternehmen weiterentwickeln möchtest, in diesem Podcast kannst du gerne an mit konkreten Situationen aus meinem Coaching- und Trainingsalltag mehr die Schulter schalten. Zudem gibt es hier Einblicke in die Welt von interessanten Persönlichkeiten, die wirklich etwas bewegen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und viele wertvolle Insights. Wir hatten kürzlich ein Briefing für verschiedene Team-Workshops und da wurde auch immer wieder das Thema Employer Branding genannt, bis dann irgendwann eine Teamverantwortliche sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ja alle sprechen immer von Employer Branding und ich finde es ja auch gut, dass wir uns anstrengen, dass wir auf dem Arbeitsmarkt als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen werden, aber ey, wie stellen wir eigentlich sicher, dass die Versprechen, die wir mit den Employer Branding Kampagnen draussen auf dem Markt auch abgeben, auch wirklich halten, wenn dann diese neuen Mitarbeitenden starten und für mich noch wichtiger, was ist eigentlich mit den Kolleginnen und Kollegen, die schon lange für unsere Unternehmung tätig sind und auf deren Schultern unser Erfolg ja auch irgendwie steht. Also die sollten aus meiner Sicht auf keinen Fall auch nicht vergessen werden. Und damit sprach sie mir, ehrlich gesagt, aus dem Herzen. Natürlich, die Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuziehen und diese dann auch langfristig zu binden, ist für den Erfolg einer Unternehmung von essentieller Bedeutung. Aber eben genauso wichtig ist es auch, die bestehenden Mitarbeitenden im Unternehmen zu halten. Gerade der Fachkräftemangel führt dazu, dass gestandene Mitarbeitende eben auch plötzlich eine attraktive Zielgruppe darstellen, und die auch heute nicht mehr vermutlich unbedingt abgeneigt ist, so in den letzten Jahren der beruflichen Tätigkeit noch einmal eine neue attraktive Herausforderung anzunehmen. Aber fangen wir mal beim Employer Branding an. Dieses bezieht sich auf die Art und Weise, wie ein Unternehmen als Arbeitgeber wahrgenommen wird und eben wie es sich als attraktive Arbeitgeberin auf dem Markt positioniert. Das umfasst alle Maßnahmen und Strategien, die darauf abzielen, die Arbeitgebermarke eines Unternehmens aufzubauen, diese zu fördern und zu stärken, um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuziehen. Der ideale Mix für all diese Maßnahmen im Employer Branding, der ist natürlich je nach Unternehmen, Zielgruppe und Branchen unterschiedlich. Und es gibt einige wichtige Kanäle und Maßnahmen, die in einem solchen Mix auch enthalten sein sollten. Zuerst geht es ja auch darum, ein widerspruchsfreies Employer Branding CICD zu entwickeln und dieses entsteht auf der Basis der Employee Value Proposition, also der EVP. Und ein EVP ist die klare Aussage darüber, was das Unternehmen seinen Mitarbeitenden bietet und warum eben potenzielle Bewerberinnen und Bewerber Teil der Unternehmung werden sollten. Und eben aufbauen auf dem Ganzen folgt dann die ganze Klaviatur an verschiedenen Massnahmen. Da gibt es Employer Branding Webseite, gut gestaltet, informativ, anziehend, ansprechend, wo wir halt alle Informationen teilen, Vorteile, Karrieremöglichkeiten und natürlich auch die Unternehmenskultur. Und genauso wichtig und darauf aufbauend sind die ganzen Social Media Kanäle. Ja, da sollten sich Unternehmen auch wirklich Gedanken machen, wo bewegt sich denn unsere Zielgruppe, welche Kanäle passen für unsere Employer Branding Botschaften. Da sprechen wir von Plattformen wie LinkedIn, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, vermutlich für eher ältere Zielgruppen, um nur einige zu nennen. Und natürlich das allgemeine Content Marketing, also Blogartikel, Videos, Podcasts oder sogar E-Mail-Marketing, die ermöglichen es Unternehmen, ihre Expertise zu demonstrieren, ihre Kultur zu demonstrieren und potenzielle Bewerberinnen und Bewerber nicht nur zu informieren, sondern ja, im besten Fall auch zu begeistern. Die Präsenz auf Online-Jobbörsen und Karriereportalen, die runden dann die ganzen Online-Aktivitäten in dem Sinne ab. Und was wir auch immer mehr antreffen, ist die Massnahmen mittels Virtual Reality, also Virtual Reality-Technologien, die den Mitarbeitenden ermöglichen, oder den potenziellen Mitarbeitenden es ermöglichen, halt mal so einen Augenschein zu nehmen, wie denn die Unternehmung oder ihr neuer Arbeitsplatz denn von innen ausschaut, ohne dass sie wirklich die Unternehmung als solches besuchen müssen. Ein weiterer sehr effizienter Punkt sind natürlich die Mitarbeiter-Testimonials. Ja, zufriedene Mitarbeitende, ihre authentischen Stimmen und Geschichten, die bieten einen echten Einblick und sind auch wirklich absolut glaubwürdig. Schon lange gibt es Mitarbeiter-Empfehlungsprogramme, also wenn das Mitarbeitende auch inzentiviert werden, wenn sie neue Mitarbeitende dazu bewegen können, bei der Unternehmung zu starten. Weiter geht es mit Karriere-Events und Jobmessen, wo sie Unternehmungen zeigen können, wo sie sich dann auch präsentieren können, ganze Branchenveranstaltungen, Konferenzen, die eben auch spannende Plattformen sind und last but not least, die ganzen Employer-Branding-Events, also wo Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber spezielle Recruiting-Events, Meetups oder eben offene Tage organisieren, um potenzielle Bewerberinnen und Bewerber kennenzulernen und für die Unternehmung zu begeistern. Immer mehr und immer wichtig ist auch das Community-Engagement einer Unternehmung und die Corporate Social Responsibility. Unternehmungen, die sich sozial und gesellschaftlich engagieren, können das ganz klar in ihre Employer-Branding-Kampagne mit einbeziehen. Gerade jüngere Mitarbeitende legen großen Wert darauf, dass eben Unternehmungen auch ihre Verantwortung wahrnehmen, dass sie nachhaltig unterwegs sind und eben auch glaubwürdig nachhaltig unterwegs sind und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wieso, dass sich vielleicht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter für die Unternehmung entscheidet oder eben nicht. Also starkes Employer-Branding kann dazu beitragen, talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuziehen, hilft natürlich auch dann eben die Fluktuation zu verringern und das Unternehmen langfristig erfolgreich und wettbewerbsfähig zu halten. Aber eben das Employer-Branding, das nach aussen geschieht, das ist nur die halbe Mitte und es geht gerade in der heutigen Zeit darum, die Mitarbeitenden, die wir gewonnen haben, auch zu halten. Ich habe es vorhin erwähnt, das gilt nicht nur für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, sondern eben auch für die älteren Mitarbeitenden und deren Attraktivität sich eben auf dem Arbeitsmarkt zweifelsohne in nächster Zeit noch steigen werden wird. Und darum braucht es in Unternehmen auch effiziente, glaubwürdige Massnahmen zur Employer-Retention, also zur Mitarbeiter-Bindung. Die Employer-Retention bezieht sich auf die Fähigkeit eines Unternehmens, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an die Unternehmung zu binden und eben diese von einem Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber abzuhalten. Das umfasst sämtliche Massnahmen und Strategien, die eben darauf abzielen, die Abwanderung von Mitarbeitenden zu verringern und die Mitarbeiterloyalität, die Zufriedenheit und die Bindung zu erhöhen. Die Employer-Retention besteht aus verschiedenen Aspekten und so als Übertitel, würde ich jetzt mal nennen, Arbeitskultur, Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten, den Führungsstil und das Management, ein wettbewerbsfähiges Gehalt mit Zusatzleistungen und eben auch die Pflege der Unternehmenswahrnehmung und der Reputation. Aber fangen wir mal vorne an bei der Arbeitskultur und dem Arbeitsumfeld, also eine positive Arbeitsatmosphäre, eine wertschätzende Kultur untereinander und auch ein respektvoller Umgang. Das sind Faktoren, die die Mitarbeiter Bindung beeinflussen. Also ein gutes Betriebsklima und eine unterstützende Arbeits- und Unternehmenskultur, die wirken sich positiv auf das Engagement, die Loyalität, natürlich auch die Motivation und schlussendlich auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden aus. Ja, dazu gehört auch, dass in der Unternehmung und auch auf Stufe Team die psychologische Sicherheit vorhanden ist. Also das Vertrauen, Respekt und Wertschätzung in kollektiv bestehen, dass Mitarbeitende wissen, dass sie auch Risiken eingehen können, auch zwischenmenschliche Risiken mal eingehen können, dass sie sich aktiv einbringen, dass sie gehört werden, dass sie mit Respekt behandelt werden, dass sie ihre Ideen wertgeschätzt werden und halt eben auch frei sprechen können. Gerade auf Stufe Team scheint mir auch wichtig, dass ein gemeinsames Ziel- und Werteverständnis besteht. Also ein gemeinsames Ziel- und Werteverständnis, hinter dem eben jeder und jede auch stehen kann. Ja, und die Basis einer wirklich gut funktionierenden Zusammenarbeit im Team ist natürlich auch, dass irgendwo so die kollektive Sinnhaftigkeit, die bindet sich ja dann auch an dieses Ziel- und Werteverständnis, dass die eben halt besteht, dass man weiß, okay, was sind die Werte unseres Teams, was wollen wir für einen nutzen, für uns und vielleicht auch für andere erzielen und wie stellen wir eben nachhaltig sicher, dass wir gemeinsam auch auf Kurs bleiben. Und dieses Thema Sinnhaftigkeit, das nimmt ja immer eine wichtigere Rolle ein. Unternehmungen tun auch gut daran, ihre Mitarbeiter, auch die einzelnen Mitarbeitenden mal dazu anzuhalten, ihre Sinnhaftigkeit zu reflektieren, ihre ganz persönliche Sinnhaftigkeit, also treffe ich meine Werte in der Unternehmung noch an, kann ich den Nutzen, den ich erzielen will, für mich und für andere wirklich noch erzielen und eben bin ich auch in dem, was ich leiste, wie ich es leiste, passt das noch, bin ich da auf Kurs. Ganz wichtig ist halt auch, dass Mitarbeitende Anerkennung und Wertschätzung erhalten. Also die Zeiten, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach Arbeitsressourcen waren, die sind vorbei, man erwartet heute auch, ja, dass man anerkannt wird für das, was man leistet, dass man wertgeschätzt wird als solches und das kann öffentliche Anerkennung sein, aber auch wirklich mal Wertschätzung, Anerkennung, die nicht institutionalisiert ist, eben auch im Zwischenmensch, mal von der Führungskraft zur Mitarbeiterin, zum Mitarbeitenden oder eben auch untereinander. Und dazu gehört eben auch eine offene Kommunikation und eine offene Feedbackkultur. Ja, Mitarbeitende, die müssen wissen, dass ihre Meinung gefragt ist, dass sie auch Fragen und Anliegen frei äussern können und dass eben regelmäßiges Feedback eben allen dazu dient, dass man gemeinsam auf Kurs ist oder halt eben gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen zur Entwicklung und eben auch vielleicht zur Verbesserung beitragen kann. Ein ganz wichtiges Thema, ich nehme das jetzt mal in die Arbeitskultur mit rein, sind flexible Arbeitszeitmodelle, also gleichzeitig, das kennen wir seit Jahren. Wir sprechen aber auch eben von Remote Working, wir sprechen von Home Office, Jahresarbeitszeiten und so weiter. Das gibt dann halt auch den Mitarbeitenden wirklich die Möglichkeit, eine noch bessere Balance zu erzielen. Und genauso wichtig, wie die Arbeitszeitmodelle sind, sind für mich auch die Infrastruktur und die Einrichtung des Arbeitsplatzes. Also dieser sollte den Bedürfnissen entsprechen und zwar nicht nur den Bedürfnissen, damit der Job gut gemacht werden kann, sondern halt auch den gesundheitlichen Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und je angenehmer die Atmosphäre auch gestaltet ist, umso wohler fühlen sich die Mitarbeitenden an ihrem Arbeitsplatz. Und da spielt eben auch die Mitarbeiterpartizipation eine ganz wichtige Rolle. Also Mitarbeitende, die schätzen es heute, wenn sie in Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden, dass sie auch ihre Meinungen, ihre Idee aktiv abgeben können. Das kann durch Befragungen sein, das kann ein Ideenmanagement-System sein, was auch immer. Ganz wichtig, also heute hat man ja auch den Trend dazu, dass sich Teams selbst organisieren, selbst mit einbringen, das finde ich gut, aber nichts vergessen, ganz wichtig, auch bei aller Selbstorganisation, Führungskräfte sollten und müssen trotzdem auch immer mit klaren Vorgaben, gemeinsam getragenen Vorgaben, halt auch die Orientierung und die Leitplanken bieten. Ja, was wir schon lange kennen, sind eben Team- und Teambuilding-Aktivitäten. Da gibt es ganz verschiedene Themen, das kann auch mal ein Sozial-Event sein, also Sozial-Event, da meine ich Themen, die in der Freizeit stattfinden, einfach wo man sich mal in einem anderen Umfeld trifft, aber das können auch ganz konkrete Teambuilding-Workshops sein, kann ein regelmässiger Team-Check-up auch sein, also wo die Frage im Zentrum stehen kann, soll und darf oder vielleicht auch muss, eben wie wir gemeinsam noch besser zusammenarbeiten können oder wie wir die Verbindung untereinander noch mehr stärken können. Aber natürlich haben auch hier konkrete Fragen oder Herausforderungen Platz, die gelöst werden sollen, also wenn es zum Beispiel um eine Fehler- oder Feedback-Kultur geht, wenn die Kommunikation noch Luft nach oben hat oder wenn es um ganz alltägliche Themen wie Sales, Prozesse, Arbeitsqualität und so weiter geht. Ja, der weitere wichtige Punkt sind die Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten. Also die Mitarbeitenden von heute, das war aber auch schon immer so, die sind natürlich interessiert zu wissen, wie kann ich mich in der Unternehmung weiterentwickeln, was für Möglichkeiten habe ich und eben wir sollten die Möglichkeit nicht nur aufzeigen, die Aufsteigungsmöglichkeiten und die Karrierepfade, sondern das sollte auch dann wirklich gelebt werden. Also es sollten klare Prozesse auch, klares Arbeitsumfeld dann auch wirklich geschaffen werden, dass diese Entwicklung auch stattfinden kann. Und das muss nicht nur immer der vertikale Aufstieg sein, sondern ja, oftmals sind Mitarbeitende auch darin interessiert, sich vielleicht eben horizontal weiterzuentwickeln, Spezialisierungen zu erlernen und so weiter und so fort. Ja, wenn es um die Entwicklung und Karrieremöglichkeiten geht, dann sind Mentoring-Programme immer ein gutes Mittel in dem Sinne, also wo erfahrene Mitarbeitende, jüngere oder weniger erfahrene Mitarbeitende unterstützen und auch in ihrer Entwicklung fördern können, aber eben auch umgekehrt, wo eben zum Beispiel ältere Mitarbeitende von Jungen lernen, ja, mit neuen Medien umzugehen, mit der Digitalisierung umzugehen, mit neuen Arbeitsinstrumenten umzugehen. Hier kann eben gegenseitig ein wertvoller Wissensaustausch immer wieder stattfinden. Ja, natürlich macht das auch Sinn und ist es wichtig, dass Schulungs- und Entwicklungsprogramme angeboten werden, halt um vielleicht gewisse Lücken zu schliessen. Das können interne Academies sein, aber natürlich auch externe Schulungsprogramme, Workshops oder auch die Teilnahme an Fachkonferenzen und so weiter. Job Rotation, Projektarbeit, ein weiteres spannendes Instrument, eben vielleicht, wenn es auch um die horizontale Entwicklung geht, also dass man auch irgendwo mal in andere Aufgaben oder Teams oder Arbeitsbereiche Einblick nehmen kann, dass man zum Beispiel im Rahmen von einer Projektarbeit auch von anderen Bereichen dazulernen kann, verschiedene neue Abteilungen kennenlernen kann. Das wird natürlich mit einer Job Rotation oder mit einer gezielten Projektarbeit dann auch wirklich perfekt gelöst. Wichtig neben der fachlichen Entwicklung scheint mir auch, dass die Mitarbeitenden auch die Möglichkeit haben, sich persönlich weiterzuentwickeln. Diese sogenannten Soft Skills, also da kann es eben, ich habe es vorhin schon gesagt, auch mal Themen wie Sinnhaftigkeit im Beruf oder auch mal die ganz persönliche berufliche Standortbestimmung durchzuführen, aber eben auch ganz konkrete Themen wie Kommunikationstrainings, Konfliktlösungsworkshops, Zeitmanagementseminare, wo halt eben die Mitarbeitenden die Möglichkeit erhalten, sich ganz persönlich weiterzuentwickeln, um vielleicht auch hier eine neue, bessere Balance auch herstellen zu können. Und eben wenn es um die Balance geht, dann sind wir auch bei familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen, wir sind bei Betreuungsmöglichkeiten, kann auch weitergehen, Angebote zur Stressbewältigung, eben wenn es um den Bereich der Familie geht. Also mehr auch, dass Unternehmen ein Umfeld schaffen, das sowohl Vätern wie auch Müttern die Möglichkeit gibt, sich eben auch weiterzuentwickeln und auch eine Karriere, gleichsam eine Karriere einzuschlagen. Gehen wir einen Schritt weiter zum Führungsstil und zum Management. Das hat natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Mitarbeiterbindung, also eine gute Führungskraft, die schafft Vertrauen, die kommuniziert klar, die schafft allgemein ein positives Arbeitsumfeld. Also das fängt ja schon bei der transparenten Kommunikation an. Die Mitarbeiter wollen wissen, woran sie sind, also eine ehrliche, transparente Kommunikation, das ist damit einfach Basis, aber auch eben, dass diese Kommunikation regelmässig stattfindet, halt entweder zum Informationsaustausch oder eben auch, um sich gemeinsam mal wieder zu reflektieren und zu schauen, ob wir auf Kurs sind. Führungskräfte sollten heute nicht mehr nur einfach Anweiserinnen und Anweiser sein, sondern ja, sie sollten Mentor, sie sollten Coach sein, sie sollten die Mitarbeitenden begleiten, wenn es darum geht, eben die Ziele zu erreichen und eben ihnen auch zur Seite stehen, wenn es Herausforderungen gibt, ihnen aber auch den Platz lassen, wenn Erfolge erzielt werden, das scheint mir ganz wichtig. Ja, Delegieren und Verantwortung übertragen, also eine gute Führungskraft, die muss nicht alles selbst machen oder selbst wissen, aber sie muss wissen, wem sie eben was oder welche Aufgabe übergibt. Und Teams sind ja dann individuell zusammengestellt, wenn eben auch individuelle Fähigkeiten und Eigenschaften sich treffen, wenn es hier wohltuende Schnittmengen gibt und auf dieser Basis kann eine Führungskraft dann auch beruhigt Delegieren und Verantwortung abgeben. Eine Führungskraft sollte auch immer ihre Vorbildfunktion natürlich leben und da spreche ich nicht nur vor der Pflicht, also Qualität, gute Führung, Regeln einhalten, Ziele erreichen. Nein, sie sollte auch die sogenannte Kür vorleben. Also wir haben heute viele neue Arbeitsmodelle, wir können von zu Hause aus arbeiten, wir können früher gehen, später wieder anfangen, Tag vielleicht irgendwo was anderes machen, wenn es die Arbeit natürlich erlaubt und Führungskräfte sollten das vorleben. Also die Führungskraft, die am Morgen um sieben kommt und als erster oder erste da sein will und das Gefühl hat, er oder sie geht da ab nach am Schluss, die nie freinimmt, die nie mal von zu Hause arbeitet, ja, du kannst du nicht erwarten, dass deine Mitarbeitenden das auch tun. Also Pflicht und eben Kür vorleben. Und ich habe es vorhin schon gesagt, eben die Mitarbeitenden, die sollen mit einbezogen werden in Entscheidungsprozesse, in die gemeinsame Entwicklung. Das scheint mir essentiell, dass eben gemeinsam etwas erreicht wird und auch für eine Führungskraft ist es doch eine perfekte Erfahrung. Die Effizienz wird gesteigert, mehr Köpfe denken und sprechen bei der Zielerreichung mit, aber eben, ganz wichtig, die Rahmenbedingungen, die soll die Führungskraft definieren und sie soll damit auch Orientierung geben, eben inwieweit das eben der Einbezug der Mitarbeitenden auch stattfindet. So, jetzt haben wir von vielen Faktoren gesprochen, Führung, Unternehmenskultur, Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist nicht von der Hand zu weisen. Am Ende des Monats haben wir Rechnungen, die wir bezahlen müssen. Wir haben finanzielle Verpflichtungen und so weiter. Ja, und wir wollen uns vielleicht auch mal was Schönes gönnen. Und da sind wir beim Gehalt. Also eine Unternehmung, die sollte halt wirklich ein marktübliches Gehalt anbieten. Da kann man sich ja auch miteinander irgendwo absprechen, in der Branche oder auf dem Arbeitsmarkt. Das sollte halt irgendwo fair sein, das sollte passen. Die Menschen sprechen heute mehr als früher über Geld, auch vielleicht was sie verdienen und so weiter. Die Lohntransparenz ist in aller Munde und da ist man natürlich absolut vergleichbar. Wichtig erscheint mir, dass wir das halt auch nicht um jeden Preis leben. Also wir müssen als Unternehmen auch mal den Mut haben, auf ein Engagement zu verzichten, wenn eben der Preis irgendwo nicht stimmt, wenn die Forderung zu hoch ist, eben halt auch mit dem Risiko, dass dann halt bestehende Mitarbeitende sich, ja, nicht wertgeschätzt wird und fragen, der oder die kriegt zu viel, ich arbeite seit Jahren da und kriege viel weniger. Also eben, nicht um jeden Preis. Die Balance, diese Hygiene untereinander, die sollte unbedingt vor allem, wenn es um das Gehalt geht, gewahrt werden. Und, ganz wichtig auch, ich sage immer, wer Forderungen an den Tisch bringt, auch finanzieller Natur, der sollte oder die sollte auch sagen, was er oder sie für einen Mehrwert mitbringt. Und da darf man als Unternehmung auch mal fragen, okay, du erwartest von mir dieses Gehalt, ist eine Investition für mich, unternehmerisch gesehen, was denkst du, wird für diese Investition denn auch drin liegen? Also was kriege ich dann für diese Investition? Und nicht nur einfach dein Know-how und dein Engagement, sondern, ja, vielleicht mal konkret mit verbindlichen Zahlen arbeiten, Zielvereinbarungen arbeiten, damit eben auch Bewerberinnen und Bewerber merken, dass sie auch in die Pflicht genommen werden. Ja, und wer denn eben diese Pflicht erfüllt oder übererfüllt, der oder die sollte auch, ja, vielleicht mal eine leistungsbezogene Vergütung erhalten. Hier sprechen wir von Provisionsmodellen, Boni, Gewinnbeteiligung, da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber wir können auch mal spontan eine monetäre Leistung oder eine Geldwerteleistung Kolleginnen und Kollegen geben, das kann mal spontanes Weihnachtsgeld sein, ein Urlaubsgeld, vielleicht aber auch mal irgendwo eine Aufmerksamkeit, die nicht nur einfach Cash ist, Gutschein für ein Restaurant oder für eine Freizeitaktivität. Wichtig ist halt, das sollte nicht erwartet werden. Also man sollte nicht jede Weihnacht davon ausgehen, ja, jetzt kommt noch das Weihnachtsgeld. Nein, das sollte irgendwo einen bisschen positiven Überraschungsfaktor noch haben. Ja, dass eine Unternehmung heute attraktive Sozialleistungen anbietet, das sollte eigentlich auf der Hand liegen. Das ist ja auch oftmals gesetzlich so, in dem Sinne verankert, bietend aber halt auch viel zur finanziellen Sicherheit bei. Aber gerade wenn es dann im Bereich zum Beispiel der zweiten Säule geht, also eine Pensionskasse, wenn die halt auch attraktiv ist, attraktive Bedingungen hat, wieder Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Also hier haben auch die Unternehmungen viele Möglichkeiten, kann eine kollektive Krankenversicherung sein, bis hier zur Betriebskrankenkasse, auch hier sind die Möglichkeiten ja recht, ziemlich, ziemlich groß. Wir kennen es schon lange, jetzt gibt es immer mehr, die sogenannten Beteiligungsprogramme, also dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Aktien, Anteile der Unternehmung erwerben können und das ist natürlich schon auch noch ein wichtiger Faktor. Also wenn du dann weißt, dass die Unternehmung, für die du arbeitest, für die du, ja, einen Drittel deiner Lebenszeit gibst, wir arbeiten ein Drittel unserer Lebenszeit oder wir bringen ein Drittel unserer Lebenszeit am Arbeitsplatz und du weißt, das ist meine Unternehmung, ich besitze Anteile davon, das hat natürlich auch einen positiven Faktor auf die Motivation, das Engagement natürlich und halt auch auf die Bindung. Ja, weitere Möglichkeiten sind halt eben auch, dass wir Weiterbildungen fördern, das kann sein mit der Zeit, die wir geben oder natürlich dann auch ganz klar finanzielle Unterstützung bieten für Weiterbildungen, die den Mitarbeitern, den Mitarbeiterinnen etwas bringen, die aber auch der Unternehmung selbstverständlich etwas bringen sollten. Ja, und abschliessend Thema Mitarbeitervergünstigungen, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wo halt Unternehmungen draussen im Markt bei verschiedenen anderen Anbietern Rabatte, Vergünstigungen und so weiter ermöglichen können, also in dem Sinn, dass, ja, da kannst du vielleicht günstiger ins Fitness, kriegst ein günstigeres Abo oder was auch immer für den öffentlichen Verkehr, das ist auch immer etwas, was wirklich von Mitarbeitenden geschätzt wird. Last but not least, die Pflege der Unternehmenswahrnehmung und der Reputation. Ja, die Reputation eines Unternehmens, ich habe es vorhin beim Employer Brenny schon gesagt, die spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Mitarbeiterbildung. Also Unternehmen, die einen guten Ruf als attraktiver und fairer Arbeitgeber haben, aber auch einen guten Ruf im Markt als Unternehmen als solches haben, die eben sich auch sozial engagiert, die nachhaltig unterwegs ist, die ihre Versprechen an Gesellschaft und so weiter auch hält, die haben oft wenige Schwierigkeiten, qualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und eben auch zu halten, weil du bist ja dann stolz eben für eine Unternehmung tätig zu sein, die eben auch draussen auf dem Markt ein gutes Image hat und hier schließt sich ja dann auch wieder eben der Kreis zum Employer Branding und wir sehen, die Employer Retention, die ist ein ganz wichtiger Teil des Employer Brandings oder eigentlich die Fortsetzung des Employer Brandings, weil eben mit der Employer Retention, da halten wir eben die Versprechen, die wir in den Employer Branding Kampagnen abgeben. So ist Employer Retention genauso wichtig wie das Employer Branding und ja, wenn es uns eben so gelingt, Mitarbeitende zu begeistern, Mitarbeitende in der Unternehmung zu halten, zu fördern, ihre Loyalität zu gewinnen und sie zu binden, ja, dann haben wir verschiedene weitere große Vorteile. Das sind einmal die Kosten, also wenn die Personalfluktuation tief ist, dann müssen wir auch weniger rekrutieren und sparen hier auch Kosten eben für Rekrutierung, Einarbeitung und eben auch für die Schulung neuer Mitarbeitenden. Wir sichern uns so auch Kontinuität und Produktivität. Mitarbeitende, die eben eine bestimmte Zeit oder eben auf lange Zeit in der Unternehmung verweilen, die haben das tiefe Verständnis für Arbeitsabläufe, Prozesse für die Unternehmenskultur und sind dadurch natürlich automatisch auch ja, produktiver. Also eine hohe Employer Retention, die gewährleistet halt die Kontinuität der Arbeitsabläufe und trägt zur langfristigen Produktivität bei. Ja, der Wissenstransfer, der findet eben in-house statt. Mitarbeitende, die der Unternehmung über einen längeren Zeitraum eben treu bleiben, die haben die Zeit eben dazu, das Wissen und auch Fachkenntnisse aufzubauen und ja, dieses spezifische Wissen, das kann dann halt in vielen Fällen nur sehr schwer auch ersetzt werden, so eins zu eins. Wir schaffen uns auch eine Kontinuität der Unternehmenskultur. Also Mitarbeiter, die langfristig im Unternehmen bleiben, die sind mit der Unternehmenskultur vertraut, die können sie pflegen, weiterleben, gemeinsam und so bleibt dann eben auch die Identität und der Charakter der Unternehmung auch erhalten. Und eben, ich habe es vorhin gesagt, eine positive Employer Retention, die verbessert unser Image als Arbeitgeber. Also gut motivierte, engagierte, zufriedene Mitarbeitende, die tragen das nach aussen, die tragen unser Image als guter Arbeitgeber nach aussen und das hilft uns dann auch wieder beim Employer Branding. Wenn es eben darum geht, auch Mitarbeiterstimmen mal zu hören, draussen auf dem Markt und das hat aus meiner Sicht natürlich ein unglaubliches Gewicht, weil Mitarbeiter doch die besten Botschafter sind für ein Unternehmen. Also, durch die Kombination von Employer Branding und der Employer Retention können Unternehmungen ein attraktives Arbeitsumfeld schaffen und langfristig talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und eben halt. Aber ganz wichtig ist halt eben, dass wir kontinuierlich bewerten und reflektieren, ob eben unsere Massnahmen, unsere Strategien auch passen, ob wir unsere Versprechungen, die wir draussen machen, auch wirklich halten, ob wir noch zeitgemäss unterwegs sind mit der Unternehmenskultur, mit Arbeitszeitmodellen und, 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 und wir sollten halt auch wirklich die Bereitschaft haben, als Unternehmung Sachen zu ändern oder neu aufzugleisen, wenn es nötig ist. Ja, und wie können wir sicherstellen, dass wir auch wissen, ob wir auf Kurs sind? Ja, kontinuierliches Feedback einholen, Befragungen, Mitarbeitende befragen, eben auch regelmässige Team-Check-Ups durchführen, sind wir gemeinsam auf Kurs, das ist das Wichtigste. Also, Befragungen dürfen auch mal anonym erfolgen, um herauszufinden, was denn, wo denn vielleicht auch wirklich der Schuh drückt, wo man nicht darüber sprechen wird. Aber eben, Mitarbeiter-Feedback, Team-Check-Ups, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Sinne, eben halt auch, dass die Mitarbeitenden regelmässig informiert werden über Veränderungen oder Anpassungen von Strategien und Massnahmen. Ja, vielleicht können wir auch unsere eigene Fluktuationsrate mal in der Branche vergleichen, wo stehen wir hier, haben wir hier gute Zahlen oder sind die Zahlen eher schlechter als die unserer Marktbegleiter. Da können wir auch natürlich dann Vergleiche und Rückschlüsse auf unsere eigene Employee-Retention dann natürlich ziehen. Und eben, ich habe es gesagt, wir müssen bereit sein, kontinuierlich zu lernen, uns weiterzuentwickeln, wir müssen flexibel sein, wir müssen anpassungsfähig sein und das Ganze auch immer durch unsere Mitarbeitenden dann halt auch mal wieder reflektieren lassen. Abschließend ist es wichtig, dass Unternehmen verstehen, dass der Erfolg einer starken Employee-Brennig-Strategie und einer effektiven Employee-Retention nicht übernachtkommt. Es erfordert Zeit, Geduld und Engagement von allen Beteiligten. Unternehmen, die jedoch bereit sind, diese Herausforderung anzunehmen, die werden auch in Zukunft Großes bewegen.